Norddeutscher Rundfunk 2021 Willkommen wieder neue Haare! Oh Gott, das sieht ja richtig fies aus! Das ist jetzt der Zwischenstand. Mal gucken, wie es gleich aussehen wird. Ist aber sehr rosa! Ich weiß nicht, ich habe es nur in der Kamera gerade gesehen. Ich möchte mich noch nicht äußern. Das hat jetzt gerade zweieinhalb Stunden gedauert, insgesamt. Rosa wurde mir vorgeschlagen und ich dachte so, ja ok, warum nicht? 50.02. So, meine Haare sind fertig. Ich dachte zwischenzeitlich, oh Gott, was wird das? Aber ich bin mega happy. Danke an Berlin, danke an die Maske. Und jetzt geht's los. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut! Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann! Achso! Und abonnieren nicht vergessen! Tschüss! Ihr seid ja immer noch da! Klicken! Tschüss! Tschüss!